Na, soll ich dir mal wieder eine funny story über meinen Hund erzählen? Das ist nicht dein Ernst, oder? Mein Hund hat seine Tage zum allerersten Mal und blutet hier alles voll. Oh mein Gott, Joey, dein Hund und ich sind Tagesschwestern. Das ist ja so cool. Vor allem, Julia, ich schwöre, du bist nicht die Erste, die das sagt. Ich habe so viele DMs bekommen von wegen, oh mein Gott, Poppy und ich sind Twins. Ja, wir sind Zyklusschwestern. Oh mein Gott, hä? Aber wie alt ist Poppy jetzt? Sie ist ein bisschen mehr als ein Jahr, also ein Jahr und ein paar Wochen. Und wir warten, ich schwöre, seit zwei Monaten darauf, dass sie endlich ihre Tage bekommt. Und jetzt ist es soweit. Aber genau wenn wir zu meinen Eltern reisen, um dort ein bisschen abzuschalten und so, muss die Alte ihre Tage kriegen und jetzt ist halt super Stress. Und die macht ganz andere Sachen. Anderer Hund auf einmal, die hat ihr ganzes Wesen verändert. Wieso? Was denn? Naja, also es ist ja dann, es ist ja so ein Hormon, so eine Hormonänderung, weißt du? Und, ähm. Ja. Ich dachte es mir auch schon, dass du eventuell eine Ahnung davon haben könntest. Auf jeden Fall markiert sie jetzt. Also sie pinkelt nicht mehr komplett aus, sondern sie pinkelt jetzt überall mal ein bisschen. Wie so eine Rüde. Hä? Warum macht sie das? Ich weiß nicht, sag du es mir. Das macht Luna auch. Machst du das auch? Das ist doch einfach so ein Hund. Ich mache das nicht. Aber mein weiblicher Hund, der aber, ist es dann kastriert oder sterilisiert bei einem Mädchen? Ich glaube kastriert ist, wenn irgendwie direkt alles rausgenommen wird und sterilisiert ist, wenn nur die Eileiter durchschnitten werden. Okay, keine Ahnung. Ich weiß, ich glaube sie ist sterilisiert. Sie macht es aber trotzdem. Also sie bekommt ihre Tage nicht, aber sie markiert trotzdem. Vielleicht ist es einfach ein Ding, was Hunde tun. Ja, aber Poppy hat das halt... Wummel das nicht? Nee. Und Poppy hat das bisher halt auch nie gemacht. Die hat halt einmal gepinkelt, bis alles raus war. Und jetzt pinkelt die überall hin. Aber das komischste ist, oder das unangenehmste an dieser Sache ist halt einfach, ich habe sie gestern Abend nochmal, bevor ich ins Bett bin, habe ich sie nochmal mit ins Bett geholt. Also bevor ich geschlafen habe, habe ich sie nochmal mit ins Bett geholt, um nochmal zu kuscheln. Und sie kommt so aufs Bett, klettert so auf meinen Bauch, legt sich da hin, dann steht sie wieder auf, geht woanders hin. Und ich denke mir, warum ist denn das so nass auf meinem Bauch? Und ich nehme das so mit meinen Fingern und dachte so, es gibt keinen Grund, warum es nass sein könnte. Und rieche ich so daran. Und Julia, ich schwöre, ich hätte fast gekotzt. Hä, warte mal. Aber Blut ist doch rot. Hast du das nicht gesehen? Naja, aber es ist so, es ist nicht so ganz rot. Und im Dunkeln habe ich es nicht so gesehen. Es ist halt so ein bisschen transparent rot, weißt du? Ja. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Das ist ja auch anderes Blut, was da rauskommt, als was aus deinen, keine Ahnung, aus deiner Armverletzung rauskommt. Ja, aber ich war frisch geduscht. Und dann hat mich dieser Hund voll menstruiert. Oh nein, du armes Ding. Das fand ich überhaupt nicht nett. Ey, ganz ehrlich, du bist so ein Mann, ne? Hä? Schrecklich. Du kannst froh sein, dass du diese Schmerzen nicht jeden Monat erleben musst. Meinst du, Poppy hat Schmerzen? Da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ah. Also ich habe Schmerzen. Jetzt gerade? Oh mein Gott. Ich habe so Schmerzen, ne? Wie in meinem Leben noch nicht. Wirklich jetzt? Ich habe gestern, gestern, nachdem ich, ich war gestern beim Dreh von Ju, bei dem Hauptvideodreh und als ich nach Hause gefahren bin, ne, ich dachte, ich habe wirklich das Bedürfnis gehabt, gegen eine Wand zu fahren. Ich hatte solche Schmerzen auf einmal und das zweieinhalb Stunden durch auf meiner kompletten Autofahrt und gestern Abend, als ich angeguckt bin, es ging gar nichts mehr und heute Morgen bin ich aufgewacht und es ist immer noch da. Ich fühle mich so verarscht. Ja, ich habe wirklich richtig krank Schmerzen gerade. Das heißt, es könnte sein, dass ich heute ein bisschen aggressiv bin. Aber helfen da auch keine Schmerztabletten mehr? Safe hast du doch welche genommen. Ja, ich habe eine Ibu genommen, aber Matthias meinte, dass eigentlich Ibu gar nicht dagegen wirkt, weil das irgendwie so, ich weiß es nicht, irgendwas Medizinmäßiges, der studiert Medizin und meinte irgendwie, dass die Wirkstoffe von Ibu gar nicht da, keine Ahnung. Ich habe keinen Plan. Ich benutze mein Leben lang für Tagesschmerzen schon Ibuprofen und anscheinend war das immer umsonst. Ich weiß es nicht, aber ich habe kein Paracetamol, was angeblich besser hilft, deswegen kein Plan. Hilft nicht. Ich habe immer noch Schmerzen. Punkt. Das Ding ist, weißt du, was ich voll krass fand? Ich war letztes Jahr in Frankreich und hatte Kopfschmerzen und habe mir dort ganz normal eine Kopfschmerztablette in der Apotheke kaufen wollen und Paracetamol gibt es ja hier in Deutschland nur in 500 Milligramm Tabletten. Das kannst du nicht höher kaufen, genauso wie du ja Ibuprofen rezeptfrei nicht über 400 Gramm kaufen kannst. Echt? Und in Frankreich, ja, ja, alles über 400 Gramm ist rezeptpflichtig. In Frankreich kannst du dir einfach 1000 Milligramm Paracetamol kaufen und ich dachte so, oha, das sind ja so richtig die krassen Painkiller. Oha, ich glaube aber generell, dass Deutschland am allerheftigsten ist, was Rezepte angeht und so. Ich war in Amerika und konnte mir einfach so eine antibiotische Salbe kaufen im CVS in so einem Drogeriemarkt. Stell dir vor, du könntest Antibiotikum im DM kaufen. Ja, das wäre krass. Das wäre absurd, aber für dich ist das voll normal. Aber ich glaube, was Antibiotika angeht, ist es, glaube ich, ganz gut geregelt in Deutschland, damit das irgendwie auch noch seine Wirkung behält und so. Ja, finde ich jetzt grundsätzlich auch nicht so schlecht. Ich finde es aber krass, dass das da einfach so komplett frei verkäuflich ist und niemanden juckt. Aber was ich dann auch krass fand, ich habe das dann gegoogelt und angeblich wirkt Paracetamol auch einfach besser höher dosiert. Deswegen ist es halt in Spanien und in Frankreich viel höher dosiert als in Deutschland. Und jedes Land hat so seine eigene Top-Schmerztablette. Ibuprofen ist zum Beispiel das in Deutschland, aber Paracetamol ist in ganz vielen anderen europäischen Ländern. Voll crazy, oder? Echt? Boah, ich glaube, das ist gerade voll der Nerd-Talk, Julia. Das ist ja total Wahnsinn. Vor allen Dingen, wieso interessieren wir uns gerade dafür? Ich bin so, wow, wirklich? Echt? Total cool. Oh, scheiße. Paracetamol in anderen Ländern? Okay, wir waren gerade eigentlich dabei, ob Poppy Schmerzen hat. Ja, stimmt. Keine Ahnung, haben Hundeschmerzen? Aber du hast doch schon einen weiblichen Hund. Was ist denn mit Wummel? Wie war das denn bei der? Keine Ahnung. Also das Ding ist, Wummel ist ja nicht mein Hund, das ist ja der meiner Eltern. Und das ist so lange her, dass die ihre ersten Tage bekommen hat. Dass ich da überhaupt keine Erinnerung dran hab. Ich google jetzt. Haben Hunde Periodenschmerzen? Ja, aber warum sollten die keine Periodenschmerzen haben? Wenn ein Mensch welche hat? Ha! Im Gegensatz zur Frau hat die Hündin im Zyklus keine Regelschmerzen. Ich will ein Hund sein! Wow! Ich will ein Hund sein! Ja, hab ich jetzt auch kein Mitleid mehr mit Poppy. Wenn die mich noch einmal voll menstruiert, dann kommt die aber in, dann sperre ich die ein irgendwo. Jo, sie kann ja trotzdem nichts dafür. Zieh doch eine Windel an! Ja, aber das Ding ist, bisher ist das immer nur so, keine Ahnung, da kommt mal ein paar Tropfen so am Nachmittag raus. Und sonst aber nie. Deswegen will ich ihr nicht den ganzen Tag eine Windel anziehen, weißt du? Das arme Mädel. Ja. Dann musst du damit klarkommen, dass sie halt auf dich drauf menstruiert. Ist schon okay, ich liebe sie trotzdem noch. Sie ist mein kleines Babykind. Das ist schön. Aber sie ist halt jetzt einfach eine Frau. Oh mein Gott, wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht, irgendwie ist das schon so ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen stolz auch. Ich kling voll dumm jetzt, aber irgendwie, mein Hund ist erwachsen. Ich finde das aber auch immer total krass, bei Menschen ist es ja auch so, dass wenn du irgendwie deiner Mutter oder so erzählst, dass du jetzt gerade das erste Mal deine Tage bekommen hast, dann sagen die alle so, die ganzen Mütter, alle, denen du das dann erzählst, die sagt dann so, herzlichen Glückwunsch. Und dann denke ich, also, ich finde das irgendwie weird. Warum sagt man da Glückwunsch? Das ist doch scheiße. Ja, aber ich glaube wirklich, dass es in der Mutter so irgendwie so Gefühle dann auslöst, von wegen, boah, jetzt hat mein Kind ein anderes Stadium erreicht, seines Lebens und jetzt ist irgendwie, jetzt bricht ein neues Zeitalter an. Bald habe ich kleine Enkelkinder, eventuell. Ach du Scheiße. Oh, du bist 13 und hast endlich deine Tage. Bald habe ich Enkelkinder. Oh mein Gott. Ja, nee, stimmt schon. Aber ich muss sagen, ich bin echt super froh, dass ich keine Periode kriege. Freut mich so. Das ist schon nicht so toll. Aber an alle Leute, die es haben, ey, ich fühle mit euch. Alle Leute. Als wäre das so ein Zufallsding. Ey Julia, ich bin super krank gestresst, weil... Wieso? Ach so, hallo Leute übrigens. Wir vergessen das jedes Mal. Das ist wirklich ganz schlimm. Leute, wir beachten euch auch. Ja, wir hoffen, euch geht's gut und wir hoffen, dass ihr nicht eure Tage habt. Ja, aber safe haben echt viele. Würde mich mal interessieren, wie viele, wie viel Prozent der Leute jetzt gerade ihre Tage haben? Oh mein Gott, ja. Schreibt mir mal bei Instagram. Ob wir gerade auch eure Tage haben. Es interessiert dich halt eh nicht, Julia. Hä, doch. Mich interessiert es wirklich. Stell dir mal vor, ich kriege so richtig... Stell dir mal vor, ich kriege 3,4... Obwohl, nee, warte mal. Ich glaube, ich habe 50 Prozent Frauen. Ähm, stell dir vor... Du bist so schlecht in Mathe, ne? 1,7 Millionen. Leute, eine DM, dass sie auch gerade ihre Tage haben. Da bin ich mit all meinen Followerinnen Zyklusschwestern. Das wäre schon krass, aber es wird halt nicht passieren. Und allen Bot-Accounts, die mir folgen, auch. Ey, aber ist das eigentlich so ein Ding? Weil ich wüsste das jetzt gar nicht als Mann, der damit halt nicht so viele Berührungspunkte hat, ob ich das jetzt ansprechen sollte. Ist das ein Ding, wahrscheinlich bei dir halt nicht so, aber dass man da offen drüber redet? Oder ist das eher so, fühlt man sich etwas unangenehm zu sagen, dass man seine Tage hat? Nö, ich glaube, das ist wie in allen Dingen mittlerweile, dass super viele Themen, die früher so Tabuthemen waren, worüber man nicht gesprochen hat, weil es unangenehm ist, mittlerweile voll normal sind. Also, ich glaube, da spricht mittlerweile jeder vollkommen locker drüber. Und die Leute freuen sich halt wirklich immer, wenn sie so gleichzeitig ihre Tage haben. Das ist genau das Ding. Die sind dann immer so, oh mein Gott! Voll toll! Es ist halt echt so, dass immer, wenn ich in meiner Story erzähle, dass ich meine Tage habe, irgendwelche Influencer-Freunde oder Freunde generell schreiben mir immer darauf, oh mein Gott, ich auch! Und auch andersrum. Hä? Das ist voll das Bonding-Ding. Oha, scheiße, sowas will ich auch mal experiencen. Ja, jetzt bist du doch neidisch, dass du nicht deine Tage kriegst, ne? Schon irgendwie. So einmal im Leben würde ich das schon ganz gerne mal erfahren. Nee. Also, ich glaube, einmal reicht. Ich glaube, das ist dann auch, man fühlt sich so kacke, dass man dann irgendwie dieses Leid teilen will und deswegen sagt man das dann sich gegenseitig wahrscheinlich. Vermutlich, ne? Ja, vermutlich. Vermutlich ist es das. Keine Ahnung. Aber, ey, ich bin generell, bin ich richtig gesegnet mit meinen Tagen, weil ich nie großartig krasse Schmerzen habe. Ah ja, genau. Also, es tut immer, nee, wirklich, es tut immer so ein bisschen weh, aber es ist vollkommen aushaltbar. Es gibt aber ja auch so Leute, die haben kranke Schmerzen und können den ganzen Tag, also die liegen den ganzen Tag im Bett und können sich nicht bewegen. und ich hatte das gestern Abend schon in die Richtung und dachte mir so, oh mein Gott, Leute, die das wirklich alle drei Wochen lang haben, äh, alle drei Wochen, eine Woche lang haben, sind am Arsch. Ich würde gar nicht klarkommen, ja. Aber genauso diese Leute, die so heftig Migräne haben, dass sie dann irgendwie für drei Tage sich im Dunkeln einsperren müssen und dann irgendwie trotzdem nichts anderes machen, als im Bett liegen und kotzen. Das ist ja auch absolut Abfuck. Das ist ultra heftig. Wir sind eigentlich, können wir so froh sein, du, dass du ein Mann bist und ich, dass ich keine Kopfschmerzen kriege. Und nicht so starke Tage. Aber, also, Kopfschmerzen sind auch immer so das, was einen irgendwie im Alltag so am allermeisten beeinträchtigt, oder? Ja, es ist auch einfach so. Ich finde, das knockt einen am meisten aus, was so kognitive Fähigkeiten angeht. Du kannst dann nicht mehr im Kopf arbeiten, weil das ist einfach so, das ist ja logisch. Obwohl ich gestern Abend bei den Tageschmerzen auch nicht mehr richtig im Kopf arbeiten konnte. Ja. Aber es konnte auch sein, dass ich den ganzen Tag gedreht habe, dann zweieinhalb Stunden Auto gefahren bin und dann auch noch Schmerzen hatte, dass es vielleicht ein bisschen daran lag. Aber an welchem Körperteil findest du, sind die Schmerzen am krassesten? Hast du da irgendwie so eine Präferenz? Boah, keine Ahnung. Ich habe letztes Mal ja gesagt, dass ich es richtig schlimm finde, wenn man sich auf die Zunge beißt. Aber dieser Schmerz ist halt nur so super kurz da. Ja, das geht voll. Deswegen, ich weiß nicht, was denkst du? Also, mein Papa sagt immer, weil der sich übelst auf die Finger klemmt, wenn der an Maschinen arbeitet, sagt er, Fingerschmerzen sind die schlimmsten. Aber der hat halt auch manchmal so einen kompletten Fingernagel, der so abgeklappt ist und so. Oh mein Gott. Oder der schneidet sich so richtig bis zum Knochen ins Fleisch rein. Deswegen, also relatable, dass das sehr krank wehtut. Aber das ist ja jetzt nichts, was jedem so ständig passiert, ne? Aber er sagt halt immer so, die Schmerzen am Finger würden irgendwie am meisten wehtun irgendwie. Bei mir ist das aber erfahrungsgemäß, aber ich habe lange nicht mehr die Erfahrung gemacht, Ohrenschmerzen. Ich hatte mal eine Gehörgangsentzündung. Oh mein Gott. Davon kann ich dir sowas von 13.000 Lieder singen. Ich habe früher bei meiner Ohrenärztin gewohnt. Echt? Ja, gefühlt schon. Krass. Ich hatte wirklich alle zwei Wochen eine Mittelohrentzündung. Mein Trommelfell ist andauernd geplatzt. Das ist super vernarbt. Ich glaube, ich höre auch wesentlich schlechter als andere Menschen. Du hast ein geplatztes Trommelfell? Ja, also richtig geplatzt ist ja nur, wenn du dann wirklich nicht mehr hören kannst, dann bist du taub. Aber es reißt halt ein. Ja. Und dann kommt da so ekelhafter Eiter raus. Ihhh. Und ich habe wirklich ganz, ganz oft in meinem Leben ein eingerissenes Trommelfell gehabt. Es war aber wirklich jedes Mal der beste Moment. Weil dann hast du keine Schmerzen mehr. Echt? Wenn das dann einmal einreißt? Weil dann so der Druck weggeht oder wie? Genau. Das tut dann nicht mehr so weh. Aber ich habe auch wirklich über ein Jahr für mein Seepferdchen gebraucht deshalb, ne? Oh mein Gott. Weil ich nie schwimmen gehen durfte. Das war wirklich eine schlimme Zeit. Aber was wolltest du erzählen, sorry? Aber, nee, warte mal. Das ist voll krass. Ich wusste gar nicht, dass das, wenn das so einreißt, dass das dann irgendwie trotzdem alles noch funktioniert. Also das ist quasi einfach nur so ein Riss drin gewesen und dann ist der irgendwann wieder zugewachsen oder wie? Ja, genau. Deswegen habe ich ein übertrieben vernarbtes Trommelfell. Und wie kam das mit den Ohrenschmerzen? Mit den Ohrenentzündungen? Keine Ahnung. Ich war einfach übertrieben empfindlich und hatte andauernd Mittelohrentzündung. Ich weiß nicht. Crazy. Und ich habe das auch immer, als ich meine Weisheitszähne rausbekommen habe oder den einen, wo sich das so krass entzündet hat, da hatte ich auch übertriebene Ohrenschmerzen, weil diese Nervenschmerzen bis ins Ohr reingezogen sind. Und das war so ein Flashback. Und ganz ehrlich, du hast recht, Ohrenschmerzen sind das Schlimmste. Ja, ne? Jetzt soll ich dir drüber nachdenken. Ohrenschmerzen, Alter, das ging wirklich gar nicht. Weil das geht dann halt auch zusätzlich in den Kopf rein. Und von Kopfschmerzen hatten wir es ja gerade. Und ey, ne. Boah. Ich nehme alles lieber als Ohrenschmerzen. Wirklich. Aber irgendwie denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich so richtig doll Bauchkrämpfe habe, also wenn mir schlecht ist und so weiter, dann fällt mir immer am allerkrassesten auf, wie wenig ich es schätze, wenn ich keine Schmerzen im Körper habe. Dann denke ich so, boah, wie schlimm sich dieses Gefühl gerade anfühlt, dass dein ganzer Bauch irgendwie wehtut. Ich weiß nicht, weil das auch, glaube ich, so ein flächenmäßig sehr großer Schmerz ist, weil dein ganzer fucking Bauch tut dann weh. Das Gefühl mit diesem, ich bin viel zu undankbar, wenn es mir gut geht, habe ich immer, wenn ich eine zue Nase habe. Eine zue Nase? Ja, wie nennt man das denn? Ne, geschlossen auch nicht. Verstopft. Ja, das sagt doch kein Mensch. Meine Nase ist zu, dementsprechend habe ich eine zue Nase. Verstopft, sage ich. Meine Nase ist verstopft. Die verstopfte Nase ist ja vollkommen. Ne, keine Ahnung. Aber da denke ich mir das gar nicht. Echt? Ich habe das so oft, wenn ich nachts oder abends dann ins Bett gehe und einfach nicht durch meine Nase atmen kann, sondern nur durch den Mund. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Und da denke ich mir immer so, boah, ich bin so undankbar, wenn ich normal atmen kann. Aber hast du das oft? Also hast du das auch, wenn du nicht erkältet bist manchmal? Ne, schon nur, wenn ich halt erkältet bin. Ja, also wenn meine Nase zu ist halt, wenn ich erkältet bin, habe ich das. Okay, ich habe das nicht so oft, dass ich erkältet bin. Das letzte Mal, als ich Corona hatte im November. Aber ey, bevor ich es vergesse, Wolfgang meinte letztens zu mir, dass die Nasenlöcher so konzipiert sind, dass immer, auch wenn du kerngesund bist, ein Nasenloch geöffneter ist als das andere. Also eins von beiden Nasenlöchern ist immer ein bisschen zugeschwollen, sodass du durch eins besser Luft ein- und ausatmen kannst. Und ich war mindblown, weil... Wieso? Stimmt, mein Linkes ist gerade offener als das Rechte. Versuch mal. Oh mein Gott, ja! Oder? Ich wette, alle sitzen gerade irgendwo, wo sie sitzen und das hören und machen komische Atemgeräusche, weil sie gucken wollen, wie ich das Nasenloch zuheißen. Also ich weiß nicht... Ja, mein Rechtes ist gerade offener als das Linke. Siehste? Oh mein Gott. Danke für diese Information. Aber ich spüre auch einen kleinen Popel. Boah, ey, ich hab mich gestern mit meiner besten Freundin hier aus der Heimat getroffen, ne? Und 20 Minuten reden wir, bis sie so sagt, boah, Josef, ich kann's grad... Ich kann grad nicht mehr weggucken. Du hast voll den riesen Popel an der Nase. Und ich so, warum sagst du es mir nicht gleich? Oha! Sie so, ja, ich hab die ganze Zeit versucht, es zu ignorieren. Ich so, aber dann lässt du mich doch voll ins scharfe Messer laufen. Jetzt aufnimmst, nicht ins scharfe. Das ist ja quasi... Ja. In scharfe Messer. Boah, ey. Und das Ding ist ja, weißt du, wenn's dir jemand direkt sagt, ist es ja nicht so schlimm, wie wenn du weißt, dass eine halbe Stunde lang auf deinen fucking Popel gestarrt wurde. Ja. Generell, es ist zwar irgendwie in dem Moment wahrscheinlich unangenehm für die Person, die es dir sagt, aber ich wäre so tausendmal viel dankbarer, wenn man's mir einfach sofort sagt, als wenn man's mir gar nicht sagt, weil die Situation dann nicht unangenehm wird. Ja. Oder wenn man's mir spät sagt, sagt's mir einfach sofort. Auch wenn ihr mich auf der Straße seht, Leute, bitte, wenn ich irgendwo einen Popel hängen hab, sprecht mich an und sagt's mir. Oder auch ein Eiterpickel. Das find ich auch so schlimm. Oh, ja. So manchmal, manchmal, du guckst morgen in den Spiegel und es ist noch nichts da. Du weißt zwar, da kommt was, aber es ist nix da. Ja, du weißt ja nicht wann. Und dann guckst du vier Stunden nicht in den Spiegel und bist unterwegs und auf einmal ist da das ekligste Eitervieh in deinem Gesicht. Und du denkst dir so, Alter, ich hab ungefähr 35 Menschen gesehen in den letzten vier Stunden. Warum hat mir niemand was davon erzählt? Muss doch nicht sein. Echt so. Ich wär auch so tausendmal viel dankbarer dafür, wenn mir das einfach jemand sagt. Das Ding ist halt auch, ich hab, also es gab ja schon immer diese Fraktion Mensch, die gesagt hat, ich lass meine Pickel genauso wie sie sind, die gehen von alleine weg. Das verstehe ich nicht. Ich hab's nie verstanden. Nein, ich kann das auch nicht verstehen. Also, schon alleine wegen dem Drang, den auszudrücken und aber auch wegen dem, wie es halt aussieht. Ich könnte das nicht so lassen. Ja, also. Ich find das so eklig irgendwie, es geht nicht. Und bei mir sind es halt eher so die äußerlichen Faktoren. Einfach, dass es eklig aussieht, finde ich. Aber ich glaube, man sollte an dieser Stelle dazusagen, bevor wir wieder ins scharfe Messer rennen mit unserem Podcast. Ich glaube, es ist trotzdem besser, wenn man's lassen würde, ihn auszudrücken. Weißt du? Also, ich glaube, medizinisch gesehen sollte man's lieber lassen. Ich weiß nicht. Weil, ich mein, du gehst ja auch zur Kosmetikerin und die drückt dir dann solche Sachen ja auch aus. Julia, wieso reden wir nur über solche ekligen Themen? Ich fass es nicht. Wirklich in jeder Scheißfolge. jedes, ja, jedes Mal. Vor allen Dingen, wir haben nicht mal mit einem ekligen Thema angefangen. Also gut, mit Periode, aber, ne? Und jetzt sind wir schon wieder hier. Oh mein Gott. Ey, aber du hast recht. Sorry, dass ich dich unterbrochen habe, aber eine Kosmetikerin oder ein Kosmetiker, der drückt das ja auch einfach dann aus, ne? Ja, eben, deswegen. Oder ein Hautarzt irgendwie bei, ja gut, bei bestimmten Größen von Pickeln muss es halt auch irgendwann machen. Oh mein Gott. Kennst du diese Videos auf TikTok, wo diese riesigen Zysten oder was auch immer das ist, ausgerückt werden? Liebst du es auch so? Also, Mitesser ausdrücken und kleine Pickel ausdrücken, finde ich ja schon sad, das vor allem mir anzugucken. Aber diese riesen Dinger, wo wirklich ein Berg von geballter Kotze rauskommt, da wird mir dann manchmal schon ein bisschen schlecht. Also, das ist manchmal schon ein bisschen too much. Guckst du dir das gerne an, wenn da so riesen Vulkane an gelb-weißer-brauner Matsche rauskommen? Also, das Ding ist, ich bin jetzt nicht so ein kranker Fan davon, dass ich regelmäßig irgendwie das in der Suchleiste eingebe, um mir diese Videos zur Entspannung anzugucken. Aber wenn das zufällig mal aufploppt, bleibe ich auf jeden Fall dran. Also, so viel kann ich dazu sagen. Also, ich finde es schon echt spannend und immer wieder super faszinierend, was sich im Körper so ansammeln kann und was einfach nicht rauskommen will, bis man irgendwie Hand anlegt. Was ich aber richtig satisfying finde, sind so eingewachsene Haare, wenn die rausgefunden werden. Oh ja. Und wenn die dann so ultra lang unter der Haut sind. Boah, aber das ist alles eigentlich auch super eklig. Also, 50 Prozent der Leute sind schon wieder kurz vor Abscheiden hier. Oh, wirklich. Ich glaube, der Heft ist gerade übel schlecht. Ja. Sorry, Leute. Ja, soll ich dir jetzt eigentlich mal erzählen, weswegen ich gestresst bin? Ja. Okay, pass mal auf. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen... Wegen dem komischen Puppenkopf in deinem Hintergrund? Sieht man den eigentlich auch in der Kamera? Der hat da so einen richtig gruseligen Puppenkopf über seinem Kopf hängen. Stimmt, ich muss erst mal sagen, warum ich hier in einer anderen Umgebung sitze. Ich bin gerade bei meinen... Ach doch, ich habe es erzählt, ich bin bei meinen Eltern zu Hause. Ja. Bei meiner Family. Und ich bin ein paar Tage länger da, nicht nur übers Wochenende. Denn ich überrasche heute meine Oma, die hat nämlich 85.10 Geburtstag. Und ich habe ihr letztes Jahr versprochen, weil ich die letzten Jahre nie da war zu ihrem Geburtstag, dass ich dieses Jahr da bin. Und was machst du? Also ich überrasche sie, weil sie weiß nichts davon, dass ich hier bin. Meine Eltern haben es richtig so... Ach so, deine Überraschung bist du. Ja, aber soll ich... Meinst du, ich soll jetzt ein Freizeitpark-Ticket schenken oder was? Das schafft die eh nicht. Nein, keine Ahnung. Ich dachte irgendwie, du hast eine Überraschung für sie, aber die Überraschung ist... Ja. Das ist auch eine tolle Überraschung. Hä? Jeder freut sich über mich, wenn ich vor der Tür stehe. Denkst du? Also ich kaufe jetzt gleich noch so einen richtig schönen Blumenstrauß. Ich werde auch keine Kosten scheuen. Aber das Ding ist, Blumenstrauße sind ja fucking expensive. Das ist ja unnormal. Wie getrieben, ja. Für so ein paar fucking Blumen. Das ist auch so krass. Ja, ich habe an Muttertag irgendwann mal, irgendwann mal gesagt, so von wegen, ich hätte gerne einen Strauß für 20 Euro. Weißt du, was ich da bekommen habe? Ja, einen feuchten Furz kriegst du für 20 Euro. So eine richtige... feuchten Furz, aber ehrlich. Du kriegst so drei Gänseblümchen für 20 Euro. Und ich denke mir so, boah, 20 Euro, ja, das wird schon reichen, das wird ein guter Strauß. Und dann ist das nachher so ein Pupsball, ist das so ein kleiner Tennisball voll Blumen. Ey, wirklich, jedes Mal, wenn ich versuche, einen Blumenstrauß zu kaufen, ich renne eine halbe Stunde in diesem Blumenladen auf und ab, um irgendwie das Schnäppchen zu finden, was trotzdem gut aussieht. Ja. Aber wirklich alles, was gut aussieht, kostet so viel wie ein halbes Haus. Ja, ist halt echt so. Ist echt verrückt. Ja, aber dann gönn deiner Oma mal einen schönen Blumenstrauß. Sagst du eigentlich Oma oder Oma? Oma, ich glaube, Oma sagt man nur im Ruhrpott. Bei dir da oben. Sagst du Oma? Also wenn du jetzt zu ihr gehst? Ja, für mich ist Oma das Normalste der Welt. Und Matthias, der am Anfang, als ich irgendwie mal über meine Oma geredet habe, war der so, was sagst du das? Hört sich richtig asozial an. Ja, finde ich auch. Oma. Für mich ist es ganz normal, Oma und Opa zu sagen. Das klingt so, als würdest du sie nicht würdigen als deine Oma, als wäre sie für dich so abschaum. Oma. Oha, nein, das ist, nein. Das ist halt einfach Ruhrpott. Ja, das ist ganz normal. Aber guck mal. Ich finde Oma und Opa klingt voll spießig. Spießig? Ja, so, Oma, könntest du mir mal eine Tasse Tee reichen? Ja, ich sag aber Oma, Oma, hast du mal Lust mir was zu kochen? Ja, aber das geht auch schon in die Oma Richtung. Nein, Oma, 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 meine Oma, 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 klar. Echt? Hi, Oma. Jetzt, wo du das so sagst, klingt das richtig scheiße. Ja. Wo ich das so tausendmal höre. Ja, für mich ist das, ja, natürlich, ich nenne sie Oma, weil es ist meine Oma. Weißt du was? Das klingt richtig dumm, wenn ich es jetzt die ganze Zeit sage. Ich muss auch sagen, du kommst mir gerade richtig fremd vor irgendwie, Julia, weil ich finde das richtig krass. Weil ich Oma sage, ne? Wirklich. Weil irgendwie, ich habe letztens irgendwie so einen Film, ich habe da hier von Harpe Kerkeling, der Junge muss an die frische Luft. Und da sagt er auch zu seiner Mutter, nee, nicht zu seiner Mutter, zu seiner Oma, Oma. Ja. Und, und ich dachte so, ja, früher haben die das wahrscheinlich gesagt, aber anscheinend, nee, anscheinend sagst du das halt, sagt deine Schwester das auch? Wir sagen das alle. Meine Mama sagt auch, kannst du das mal zur Oma bringen? So, oder lass mal zur Oma gehen, keine Ahnung. Das heißt einfach so, das ist das Wort. Ich fühle mich gerade so, als wäre, als wäre, als würdest du aus einem anderen Land kommen, ne? Voll verrückt. Hä? Musst du gerade sagen, mit deinem Duschen. Wieso ich? Das sage ich aber nicht mehr, ich habe mich abgewöhnt. Ja, das sagst du nicht mehr, aber früher hast du wirklich so viele Wörter, so ganz seltsam ausgesprochen. Was war das denn nochmal alles? Du hast Duschen gesagt, anstatt Duschen. Ja, Spinnat, anstatt Spinat. Spinnat! Und Salat. Das ist auch vollkommen. Salat? Salat. Ja, Salat. Das finde ich auch so verrückt. Das ist mindestens genauso krass wie Oma. Aber was ich mir gestern überlegt habe, ne, vorhin erst, meine Mutter hat über Lautsprecher mit dem Arzt telefoniert und hier in Thüringen, und ich glaube, fast nur ausschließlich in Thüringen, sagt man anstatt Ja, No. Also so N und ein ganz kurzes O, No. Mir geht's dir gut, No? Aber das heißt doch Nein. Nein, das heißt, Nein heißt Nein oder No. No. Oder im Spanischen No. Ja, eben, das klingt doch auch so. Stimmt, ja, das Spanische Nein ist im Thüringischen das Ja, No. Alles klar. Das ist genauso wie in manchen Teilen von Deutschland, man irgendwie anstatt halb vier, ne, anstatt Viertel vor vier sagt man Drei Viertel fünf oder Drei Viertel drei oder so einen Scheiß. Ich weiß es nicht, ich verstehe es nicht mal. Viertel vor vier ist Drei Viertel vier. Es ist zu Drei Vierteln vier und das sagt man hier in Thüringen auch. Sagt man nicht dann Drei Viertel drei, weil drei und eine Drei Viertel Stunde? Ne, ne, du sagst es ist zu Drei Vierteln vier. Weißt du? Ja, das finde ich total bekloppt. Ich finde, das ist viel logischer als Viertel vor. Ich finde, das klingt nämlich so hochnäsig. Was? Ja. Bist du doof? Ernsthaft? Weißt du, lass jetzt aufhören über die Scheiße zu streiten. Die Leute aus Baden-Württemberg denken sich so, oh, könnt ihr mal bitte über was anderes reden? Interessiert mich nicht. Ne, sorry, aber ganz ehrlich, damit wurde jeder bestimmt schon mal konfrontiert. Ja, das stimmt. Dass irgendjemand gesagt hat, es ist drei Viertel vier und du dachtest dir so, hä, ja, was jetzt? Viertel vor vier oder Viertel vor drei oder Viertel vor fünf? Ich verstehe es nicht. Das Ding ist, seitdem ich in NRW wohne, habe ich so manchmal das Gefühl, dass ich so richtig meine Wurzeln so verleugne, weil ich halt nicht mehr Spinnat sage oder Das ist auch gut so. Oder drei Viertel. Verleugne mal weiter deine Wurzeln. Zum Beispiel meine Mutter meinte jetzt, ich glaube gestern zu mir, also wie du im Podcast letztens Zähne gesagt hast, das geht ja gar nicht. Das heißt Zähne. Zähne. Ja, aber ich sage halt Ja, okay, das ist aber, das ist aber wirklich so ein Spießerdeutsch. Zähne und Käse. Hä? Was aber bei mir auch war, als ich, ich habe mal, ich glaube so zwei Monate in Berlin gewohnt für einen Dreh und da sagen die Kirsche, Kirsche. Ja, Kirsche. Anstatt Kirsche. Ja, aber. Kirche anstatt Kirche. Und ich habe dann auch angefangen so zu reden und als ich wieder zu Hause war, alle meine Freunde, meine Mama, alle waren so, wie redest du? Was laberst du? Wenn ich irgendwie gesagt habe, ich habe Bock auf Kirschen. Aber sagst du Kirsche? Schmeckt nach Kirsche? Ja, Kirsche. Ist eine Kirsche. 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 Das klingt auch so dumm. Es klingt auch total dumm, aber Kirsche klingt auch bescheuert. Aber Kirsche, ich glaube Kirsche ist Hochdeutsch. Kirsche ist nur so nervig. Ja, kann sein. Aber sagst du Birne? Nee, du sagst Birne. 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 Ja, Birne. Birne. Nee, ich sag Birne. Birne? Birne, ja? Ja? Oh Gott, du bist so ein Opfer, Julia. Birne? Oha, hör mal auf. Duschen, du. Hä, aber du sagst ja auch nicht Kinder, du sagst Kinder. Warum dann Birne? Kinder. Kinder. Ja. Ich spreche das I einfach ein bisschen I-mäßiger aus und du sprichst ein bisschen Ü-mäßiger aus. Ja. Weißt du, weißt du, das ist dieses Kirsche und Kirsche. Okay, weißt du was, Julia? Wir hören auf, jetzt über diese Scheiße zu reden. tut mir leid, okay. Hast du jetzt eigentlich schon erzählt, warum du gestresst bist? Nein, habe ich immer noch nicht, ey. Also. dann lück mal los. Ich bin gestresst, weil ich die letzten drei Tage lang nicht ordentlich schlafen konnte und es liegt nicht an diesem alten Kinderzimmer von mir, in dem ich mich gerade befinde und es liegt auch nicht an diesem wunderschönen Ehebett, was meine Eltern ausrangiert haben und in mein Zimmer gestellt haben, was super bequem ist, sondern es liegt daran, dass meine Schwester Du einen riesigen Puppenkopf in deinem Zimmer stehen hast. Nein, tatsächlich habe ich mich an den auch schon gewohnt, gewöhnt. Ja. Es liegt daran, dass meine Schwester, die ihr Zimmer nebenan hat, das dritte Mal in zwei Monaten eine Kehlkopfentzündung hat und ey, es hört sich so an, wenn die hustet und sie hustet quasi non-stop. Du hörst sie nicht mehr nicht husten und es klingt so, als würde ihre Lunge mit rauskommen, in Stücken, mit viel Blut. Es ist so widerlich. Ach du Scheiße. Ja. Vor allen Dingen du wieder, nur auf dein eigenes Wohlbedacht hier. Das klingt scheiße, ich kann nicht schlafen, Poppy hat mich frisch geduscht, angemenstruiert, das geht alles gar nicht. Hast du mal an deren Probleme gedacht? Ja, Nein, Spaß. Ich kann es mir vorstellen, dass es echt richtig ätzend ist. Ich habe übelst Mitleid mit ihr, aber das Problem ist, weißt du, ich habe generell jetzt so ein bisschen Einschlafprobleme, es ist besser geworden, aber ich brauche schon so, ich meditiere zum Beispiel zum Einschlafen, damit ich generell ruhiger werde und danach lese ich meistens noch ein bisschen, dass ich noch müder werde, bis ich dann tatsächlich das Licht ausmachen kann und einschlafe. Wenn ich jetzt, ich könnte niemals einfach so das Licht ausmachen und so sagen, okay, jetzt schlafe ich, geht gar nicht bei mir. Echt? Ja. Krass, okay. Ich habe so richtig, aber es kommt noch von früher, weil ich früher starke Einschlafprobleme hatte, seitdem ich aufgehört habe, mit YouTube habe ich nicht mehr so schlimme Einschlafprobleme. Oh mein Gott. Das klingt so tragisch. Ja, ne? Naja, ist es auch ein bisschen. Naja, egal. Weiter. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt bin ich voll raus. Einschlafprobleme. Gestresst wegen Kehlkopf. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gerade sagen wollte. Ach ja, genau, pass auf. Okay. Ich habe alle meine Rituale gemacht. Ich habe meditiert, ich habe noch irgendwie eine Viertelstunde gelesen, gerade das Licht ausgemacht und ich wusste so, okay, jetzt sagst du gleich ein. Und ich war schon so in so einem ganz flachen Schlaf. Es war noch nicht so tief, aber es war so, ich habe schon so wirklich geschlafen, habe schon ein bisschen geträumt und auf einmal kriegt die um 0 Uhr den heftigsten Hustenanfall ihres Lebens. Wirklich. Du kommst dir so vor, als würden die inneren Organe mit rauskommen. Und ich schrecke auf, auf einmal so mit Augen so aufgerissen, wie nur überhaupt möglich. Und auf einmal geht mein Ventilator, es ist halt sau heiß hier drin, auf einmal rastet der Ventilator aus, obwohl ich nichts verändert habe. Auf einmal wurde er übelst laut. Oh mein Gott. Und ich habe wirklich letzte Nacht, ich habe drei Stunden versucht zu schlafen und es ging einfach nicht. Ich habe drei Stunden lang einfach nur da gelegen und versucht zu schlafen. Das ist ja so creepy. Ey, aber weißt du was, ich hatte in den letzten Tagen auch übelste Einschlafprobleme, beziehungsweise ich hatte keine Einschlafprobleme, sondern ich hatte drei Nächte hintereinander eine Schlafparalyse. Nein, echt? Das war so schlimm, weil ich habe im Hotel in Bayern geschlafen und weil ich halt beim Frühlingdreh war und da ist so ein ganz gruseliger Schrank, also generell dieses Zimmer ist einfach gruselig, weil das so ein altes Bauernzimmer ist, dieser Schrank, der geht nicht richtig zu, der knatscht, alles ist komisch, da habe ich auch noch Stranger Things geguckt, weil ich ein dummes Stück Scheiße bin und dann hatte ich einfach Angst, konnte dann aber trotzdem, dachte ich einschlafen und habe dann aber wirklich, also für die Leute, die nicht wissen, was eine Schlafparalyse ist, es ist quasi, das kriegst du entweder während du einschläfst oder kurz bevor du aufwachst, du schläfst quasi noch, aber du denkst, du bist wach und kannst dich aber nicht bewegen, das ist wie so eine Lähmung, die du dann hast, du kannst alles um dich rum wahrnehmen und halluzinierst aber Sachen, die gar nicht da sind. Ja, das ist doch irgendwie, ist es nicht so, dass du an sich schon wach bist und du weißt, also geistig bist du schon wach und du weißt, du schläfst nicht mehr, aber dein Körper ist noch in diesem Schlafzustand und deswegen kann dein Geist deinen Körper nicht steuern. Ich weiß nicht genau, wie es ist, weil du halt auch halluzinierst und ich habe halt wirklich in der einen Nacht mir die ganze Zeit dachte ich, dass vor mir, vor dem Bett, ein Mann in weißen Klamotten steht und immer näher auf mich zukommt und ich konnte mich nicht bewegen und es war richtig schlimm und dann war es aber so, dass ich langsam aufgewacht bin und dieser Mann sich ganz langsam in den hellen Lichtstrahl, der an die Wand projiziert war, vom Fenster, der es eigentlich war, verwandelt hat und ich dann wach war. Julia, ich habe gerade Gänsehaut bekommen. Das war so gruselig. Ich habe gerade richtig so einen Schauer bekommen. Nicht schlimm, ja. Aus einer Schlafparalyse aufwachen ist das Allerschlimmste, wirklich. Das geht gar nicht. Aber ist es dann auch so, dass du dich für eine bestimmte Zeit dann nicht bewegen kannst, dass dein Körper gelähmt ist vom Gefühl her? Ja, du kannst dich nicht bewegen. Also ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob du es träumst, weil es passieren ja auch Dinge, die nicht da sind. Deswegen weiß ich nicht, ob man wach ist oder schläft. Ich keine Ahnung, ich weiß nicht so genau. Aber du hast wirklich das Gefühl, du kannst nicht weg, weil dieser Mann, der kam ja auf mich zu und ich wollte weg, aber ich konnte nicht weg und ich habe irgendwie im Internet gelesen, dass es so ist, dass dein Körper wohl dich wirklich lähmt, weil du sonst in deinem Traum oder in deiner Paralyse Sachen machen würdest, also wirklich ausführen würdest, die du halt nicht ausführen sollst, weil sie sind ja nicht da und es wäre ja voll scheiße, wenn du dann plötzlich um dich rumschlagen würdest und sowas. Und deswegen lähmt der dich irgendwie. Irgendwie so ist das. Also es ist quasi vom Körper so gewollt, dass du dich nicht bewegen kannst in der Zeit. Ja, ich meine schon. Ich habe es mir nicht so genau durchgelesen. Es kann sein, dass es gerade fehlerhaft ist, was ich erzähle, aber irgendwie so war das. Okay, also falls ein Schlafexperte unter euch ist, Leute, sagt uns mal Bescheid, wie das funktioniert. Ja, war auf jeden Fall richtig schlimm. Ich finde das super spannend, weil Wolfgang berichtet mir das auch manchmal, dass er in einer Schlafparalyse war und dass er da so richtig hochfährt. Also er kriegt richtig doll Angst, weil er nicht mehr versteht, was mit seinem Körper los ist und so weiter. Weil irgendwie geistig ist er da, aber körperlich ist er noch komplett weg. Und es ist so, als würdest du nicht mehr Kontrolle über deinen Körper haben. Ja, es ist ja auch so. Ich hatte das schon mal, als ich noch in meinem alten Zimmer gewohnt habe und meine Schwester noch nebenan das Zimmer hatte. Und das war morgens, als ich aufgewacht bin, hatte ich die, diese Paralyse. Also da war ich halt noch am Schlafen, keine Ahnung. Oder wach, ich weiß es nicht. Und da habe ich gedacht, dass ich nicht mehr atmen kann. Also es hat sich wirklich so angefühlt, als würde ich ersticken und wach in meinem Bett liegen und meine Schwester steht neben mir und guckt mir einfach dabei zu, wie ich ersticke und hilft mir nicht. Und ich habe versucht, meinen Körper so hin und her zu bewegen und zu wackeln und auf mich aufmerksam zu machen, dass die alte blöde Kuh neben mir merkt, dass ich nicht mehr atmen kann. Und ich war richtig sauer auf die, weil die mich einfach hat sterben lassen. Und dann bin ich auch wieder so langsam aufgewacht und plötzlich ist die so verschwunden und ich konnte wieder aufatmen. Also es war wirklich, es hat sich echt so angefühlt, als konnte ich, weiß ich nicht, wie lange nicht atmen und musste dann so machen. Also im Endeffekt, also im Real Life, hast du dich natürlich gar nicht bewegt und deine Schwester war nie im Zimmer, ne? Ja, genau. Gruselig AF! Meine Schwester war gar nicht da. Meine Schwester war in der Schule. Das ist echt super gruselig. Wenn ich das mal haben würde. Das ist so creepy. Ich würde, glaube ich, ich würde mich direkt einweisen in so ein Exorzisten-Ding. Nein, Jory, das ist was ganz Normales. Das kann passieren. Aber ich glaube, sowas wird durch zu viel Stress und so irgendwie ausgelöst. Also es hat irgendeinen Auslöser. Krass. Dass du sowas bekommst. Aber ich weiß es auch nicht. Wenn wir jetzt schon einmal bei diesen dämlichen Schlaf-Facts sind, ich will dir noch einen sehr interessanten Fact über mein Schlafverhalten erzählen. Und dann reden wir endlich über meine Porno-Story, okay? Ja, bitte. Damit das endlich mal vom Tisch ist. Aber. Ich habe auch noch ein Spiel, was wir spielen müssen. Okay. Sorry, wollte ich nur sagen. Ich habe Angst. Sagen wir es mal so. Ich schlafe mit offenen Augen, Julia. Was? Ja. Ich habe wirklich. Lass dich doch einweisen. Ich habe wirklich seit Jahren wirklich komplett furztrockene Augen, wenn ich aufwache. Und es ist auch egal, wann ich aufwache. Also auch wenn ich mitten in der Nacht aufwache, meine Augen sind komplett ausgetrocknet. Und ich kann meine Lider nicht mehr hoch und runter bewegen. So trocken sind sie. Und wirklich jedes Mal, wenn ich aufwache, muss ich ins Badezimmer gehen und mir Kontaktlinsenlösungen in meine Augen kippen, damit ich meine Augen wieder schließen und öffnen kann. Crazy, oder? Hast du irgendeine Fehlfunktion oder so bei deinen Augen? Das ist ja voll verrückt. Hat Wolfgang das schon mal gesehen? Also das Ding ist, die sind nicht so, also die sind nicht komplett geöffnet. Also ich habe jetzt nicht aufgerissene Augen. Aber die sind immer so ein bisschen mehr als die Hälfte geschlossen. Also so drei Viertel sind sie zu und so ein Viertel ist offen. Und wenn man nicht genau hinguckt und wenn man es nicht weiß, fällt es gar nicht so auf. So ungefähr? Ja. Also Julia zeigt gerade, wie die Augenschlitze offen sind. Also Leute, ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie die geöffnet sind. Also ein Schlitz ist immer offen und deswegen kommt halt immer Luft rein und die vertrocknen halt übelst. Aber super dumm. Ich glaube irgendwie meine... Das ist ja mega weird. Ich habe auch keine Ahnung, wo das herkommt. Vielleicht ist meine Augenlidmuskulatur nicht ausgeprägt genug oder sowas. Aber komisch, oder? Das ist echt komisch. Ja. Ich habe auch schon echt alles... Ich habe auch keine Erklärung dafür. Ich habe auch schon wirklich alles durchprobiert. Auch so Augensalbe, die ich nachts drauf mache und vor allem die ist so cremig weiß. Die ist cremig weiß und wenn du die drauf machst, dann sehen deine Augen komplett weiß aus und du siehst auch nichts mehr. Das ist richtig gruselig, weil die halt nicht transparent ist. Oh mein Gott, das ist ja creepy. Deswegen, das habe ich schon probiert und jeglicher anderen Salben. Hast du mal probiert, eine Schlafmaske aufzuziehen, die deine Augen quasi so zulässt? Das ist das Einzige, was auch sehr effizient klingt oder sehr wirksam klingt, was ich noch nicht probiert habe, weil ich hasse es, allein schon Oropax drin zu haben. Ich habe keinen Bock auf eine Schlafmaske. Finde ich voll nervig. Ja, aber probier das mal. Vielleicht klappt das. Ja, aber ich habe so schon Probleme mit Einschlafen. Wenn so eine hässliche Kackmaske auch noch vor meinen Augen klebt, kann ich erst recht nicht einschlafen, Julia. Schaffe ich nicht. Ja, dann hab halt trockene Augen, okay? Das kriegt mein kleines Herz nicht hin, okay? Okay, okay, okay. Aber falls irgendjemand noch einen Tipp davon hat, schreib mir eine DM, ich nehme alles an, solange es keine Schlafmaske ist. Aber das mit der Schlafmaske nicht, oder was? Nein, das finde ich doof. Aber ich glaube tatsächlich, dass es helfen könnte, ja. Ja, Joey, erzähl mir deine Pornostory. Das Ding ist, wir haben es jetzt schon so oft angekündigt, das ist jetzt schon viel zu aufgebauscht, als dass ich jetzt hier weder, also sowohl dich als auch unsere Zuhörer beziehungsweise Zuschauer damit befriedigen könnte, was ich jetzt erzähle. Im Endeffekt ist es ganz simpel. Ich war mittlerweile vor ein paar Wochen bei Freunden und hab ihnen nochmal erzählt von dieser Windel-Story beim CSD. Hab ich dir ja auch ausführlich erzählt, ne? Also für alle, die nicht dabei waren, ich habe quasi live gesehen, wie einen Menschen, der aus Fetischgründen eine Erwachsenenwindel getragen hat, von jemand anderem in die Windel gepinkelt wurde, weil höchstwahrscheinlich derjenige, der die Windel anhatte, das ziemlich erregend fand. Und das war halt eine... Oder der Freund einfach pipi musste und die keine andere Möglichkeit hatten. Das war meine Theorie. Aber vermutlich nicht. Auf jeden Fall, um das hier nochmal ganz kurz anzureißen, ich fand's überhaupt nicht schlimm, ich hab mich nicht unwohl gefühlt oder so, das zu sehen. Ich fand's eher cool, dass sie so offen ihre Fetische ausleben können, weil stört mich ja nicht, wenn die sich überall reinpinkeln. Solange sie mich nicht anpinkeln, ist alles cool für mich. Deswegen alles cool, aber ich fand's halt super interessant und ich dachte so crazy, dass ich sowas erlebt habe. Und deswegen hab ich's eben auch in dieser Gruppe von Menschen, wo ich da halt war, erzählt. Und der eine, der da mit dabei war, mit dem hab ich früher ab und zu Videos gedreht. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der Raffi. Ja. Auf jeden Fall hat er dann so zu mir gesagt, ey, wenn du jetzt schon von Erwachsenenwindeln und Erwachsenenmenschen in Windeln sprichst, kannst du dich erinnern, dass wir da auch mal so ein Video gedreht haben? Und ich so, mir sind quasi die Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe realisiert, dass ich mal ein Video gedreht habe, 2019, was heißt, 24 Stunden als Baby verbringen. Und Julia, ich habe diesen Fetisch, ein Baby zu verkörpern als erwachsener Mensch, so krank bedient in diesem Video. Es ist verrückt. Oh mein Gott. Hast du dir das Video dann nochmal angeschaut? Ich habe mir, seitdem es online ging, dieses Video nie wieder angeguckt. Und ich glaube, würde ich es nochmal anschauen, jetzt, dann würde ich es sofort runternehmen, weil es absolut cringe ist. Ich frage mich, was ich dabei gedacht habe. Ich habe sogar Babyfotos nachgestellt von mir in einer Windel. Oh mein Gott, ja, das habe ich gesehen. Und? Stimmt. Dachtest du dir auch so, what the fuck is he doing? Naja, das habe ich mir immer gedacht, aber ich habe jetzt nicht, ich habe da jetzt nicht über irgendeinen Fetisch nachgedacht, aber ey, ganz ehrlich, oh mein Gott, wurde das Video auf einer Pornoplattform hochgeladen? Das ist die Story. Nein! Wir haben dann gesucht nach, also so Schlagwörter, Joey's Jungle, Baby, irgendwie sowas. Oh Gott, Babyfotos, ganz falsch. Aber so, auf jeden Fall haben wir halt versucht, herauszufinden, ob dieses Video irgendwo auf einer Pornoseite erscheint. So, und jetzt lass mich ganz kurz hier rüberschauen. Die Seite heißt, Dort wurde mein YouTube Video hochgeladen und es hat einfach 713.000 Aufrufe, Julia. Es ist so schlimm. Also scheiße. Ich als Baby auf einer Pornoseite. Vielleicht kannten die beiden, die hinter dir auf dem CSD standen, dich ja dadurch sogar. Stell dir das mal vor. Als ob ich so die Leute auch noch Influencer, diesen Fetisch auszuleben. Oh mein Gott, guck mal, das ist der Typ aus dem Baby. Das ist unser Vorbild. Ach du Scheiße, Joey. Ja, krass, oder? Einfach fast eine Million Aufrufe. Vor allen Dingen, dass es einfach wirklich da ist und auch noch so viele Aufrufe hat. Ich war auch echt geschockt. Ach du Scheiße. Und ich muss echt gucken, bevor die Folge online geht, ob ich vielleicht dieses Video noch schnell runternehme. Weil safe werden jetzt alle Zuhörer und Zuschauer auf YouTube gehen und sich dieses Baby-Video von mir angucken. Naja, Joey, ansonsten hast du gerade die Pornoseite genannt und dann können sie es sich halt einfach da angucken. Oh, stimmt. Vielleicht müssen wir das noch rauspiepen. Dann lass lieber online und dann gucken sie sich bei YouTube an und dann hast du wirklich so ein bisschen Ätze. Oh, Scheiße, ey. Oh mein Gott, Alter, wie krass. Auf jeden Fall war ich dann eh schon so auf diesem Film drauf von wegen, oh, anscheinend tauche ich auf Seiten auf, wo ich nicht auftauchen will. Und dann hast du weitergesucht. Und dann habe ich weitergesucht. Und es gibt eine Seite, die nennt sich Wikifeed. Das ist quasi so eine offizielle Seite, wo von prominenten Menschen die Füße bewertet werden von anonymen Nutzern. Das Ding ist, die ganzen Menschen haben halt auch eigene Profile. Das ist so ein bisschen wie SchülerVZ oder Facebook. Ja, Facebook nicht. Na, wie Wikipedia-Einträge, oder? Naja, nee. Es sind ja richtige Profile. Die Personen haben ja eigentlich, ja, es ist ein bisschen wie ein Wikipedia-Eintrag, aber es ist ja, also, es gibt ja eine Person, die dieses Profil führt, oder nicht? Nee, ich glaube nicht. Ist das nicht so? Nein. Also, ich habe mich, ich habe mich auf dieser Webseite nicht registriert, Julia. Aber ich bin dort zu finden. Ja, aber jemand anders kann dich ja registrieren. Ist ja egal. Ja. Und du hast dich da gefunden. Ich habe mich da gefunden. Und pass auf, ich habe eine, meine Füße haben eine Bewertung von 4,45 Stern von 5. Oh. Oh, da kannst du aber stolz sein. Ich weiß gar nicht, was für eine Bewertung ich hatte. Ich hatte auch mal ein Profil da und ich habe die löschen lassen, weil ich das so, also, ich wollte es halt nicht und habe die dann von meinem Management löschen lassen und ohne Spaß, ich habe danach so viele E-Mails bekommen an meine Management-E-Mail-Adresse von wegen, liebes Management von Julia, wir finden das total scheiße von Ihnen, dass Sie die Seite gelöscht haben, weil wir brauchen die, bitte stellen Sie die wieder online. Und auch wirklich wütende Nachrichten. Oha. Dass mein Profil weg ist und dass ich das sofort wieder online stellen soll, dass das ja total scheiße von mir ist und so. Ich wirklich dachte so, ach du Kacke. Das Ding ist. Es gibt Menschen, die brauchen mein Wikifed-Profil, um glücklich zu leben. Das Ding ist, mit deinem Hintergrund, mit deinem Hintergrund, mit dem Hintergrund, den du durchhattest auf solchen Seiten, würde ich es an deiner Stelle, oder hätte ich es höchstwahrscheinlich auch gelöscht. Ich denke mir jetzt so, naja, es sind meine Füße. Es ist jetzt nicht so, dass mein Penis irgendwie veröffentlicht wurde. Ist mir relativ egal, aber ich fand es erschreckend, wie viele Fotos, also Screenshots meistens aus Videos, dort zu finden sind, wo man meine Füße von allen Blickwinkeln betrachten kann und auch teilweise richtig nah und meine Zehen und alle Fältchen da drin. Leute gucken deine Videos nur, um nach den Füßen zu suchen. Das ist krass, weil ich habe ja so ziemlich alle meine Videos selbst geschnitten und ich habe noch nie darauf geachtet, wie sehr man meine Füße da sieht und dann ist mir aufgefallen, wie krank man meine Füße analysieren kann durch meine Videos, die ja null darauf ausgelegt waren, dass man die Füße sieht. Ja, ich habe irgendwann, ich war dann so paranoid, kurz danach, nachdem das passiert ist, ich habe Rezo mal in einem Video meine Füße jedes Mal, wenn man sie gesehen hat, zensieren lassen, weil ich das so schlimm fand. Aber das war sowieso so die Hochzeit von diesen ganzen Sachen bei mir. Es gab wirklich so absurde Vorfälle. Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen darf oder ob man das machen kann. Ich hatte mal, das war wirklich mit Abstand das Schlimmste, obwohl es eigentlich nicht das Schlimmste war, aber für mich vom Gefühl her war es das Schlimmste. Ich habe mal durch meine Insta-Stories, bin ich mal gegangen, wo ich markiert bin, das kannst du ja sehen. Und da war einfach ein Video von jemandem, ich weiß nicht, wie das auf Instagram online gegangen ist, wie das funktionieren konnte, aber es war einfach ein Poster von mir auf einem Tisch ausgelegt und in der unteren Hälfte des Bildes hast du gesehen, wie ein Piepmatz gerade auf mein Bild etwas tut. Oh nein. Das Insta-Story von diesem Profil, von der Person, der hat einfach gefilmt, wie der auf mein Bild ge... hat... ...ejakuliert hat. Und das... Ja, ich weiß nicht, ob ich das sagen kann hier halt, ne? Meinst du nicht? Doch, wenn wir es so ausdrücken, würden wir es sagen. Ja, er hat auf jeden Fall einfach auf mein Bild ejakuiert, man hat seinen Pimmel gesehen. Den ganzen? Also man hat richtig den Pimmel gesehen? Ja, alles! Man hat alles gesehen! Wow! Deswegen, das war so verstörend, ich hab mein Handy weggeschmissen, das war so ekelhaft, das war so schlimm. Das ist echt widerlich. Vor allem, das dir dann auch noch zu schicken, so, weißt du? Das war so schlimm! Der hat mich markiert in seiner Insta-Story! Das ist so... ...war ekelhaft. Das war richtig schlimm. Aber es gab noch tausend Milliarden andere schlimmere Vorfälle eigentlich. Ich hatte mal einen potenziellen Vermieter. Oh mein Gott, das kommt ja nicht jetzt. Mit dem ich ein Gespräch... Also das war auch so unangenehm, ne? Der hat mich gegoogelt, hatte er mir erzählt und meinte dann so, ja, er hat da auch dann so ein komisches Bild bei Google gefunden. So eins, wo er sich dachte, das hätte er jetzt nicht gedacht, dass ich sowas hochlade. Ich war so, was für ein Bild denn? Also ja, halt so ein sehr intimes Bild. Aber ja, mein Enkel hat mir dann gesagt, dass sowas halt gefaked wird. Und ja, genau. Und ich war so, was? Der hat einfach ein gefaktes Nacktbild von mir bei Google gesehen. Er hat mir das gesagt. Aber das ist so krass. Reden wir über das gleiche gefakte Nacktbild, was du mir auch schon mal gezeigt hast? Weiß ich nicht. Ich hab's ja nicht gesehen. Ach so. Oh. Er meinte auch zu mir so, ja, er hat dann einen Tag später nochmal mich gegoogelt und dann war's auch weg. Wo ich dann dachte, okay, du hast nochmal nachgeguckt, auch weird. Ja, ne? Irgendwie fand ich's ganz gut. Ich schau nochmal schnell. Ja. Boah, nee, hör auf. Oh war, ey. Ja, also das gab's auch schon. Es gibt sowieso so viele Sachen, gegen die man halt einfach nichts machen kann, was so schlimm ist. Das Ding ist. Aber ich versuch einfach so gut, es geht mich nicht damit zu beschäftigen und das nicht zu suchen und es einfach irgendwie auszublenden, weil. Ja. Also so sexualisiert zu werden, ohne dass du was dagegen tun kannst, ist auch schon wirklich irgendwie so, man fühlt sich glaube ich so krass hilflos dann und du willst ja auch gar nicht. Ja, du kannst nichts machen. Du willst ja auch gar nicht vorstellen, was die Leute. Also ich meine so von Google oder Wikifeed oder so kannst du es halt runternehmen lassen, aber es gibt halt auch Seiten, da kannst du es nicht runternehmen lassen und es bringt auch nichts, weil es sowieso wieder hochgeladen wird. Ja, ja. Also. Tja. Also ich lass meinen Wikifeed-Eintrag drin, ist mir egal. Macht mit meinen Füßen, was ihr wollt. Aber du bist immer nett. Aber schickt mir bitte keine Storys, wie ihr drauf ejakuliert, interessiert mich jetzt nicht so doll. Aber sollen sie machen, ist okay. Aber ich find halt, weißt du, meine Füße sind echt hässlich, Julia. Und ich find's bemerkenswert, dass die eine 4,45 haben. Von 5? Ich hab voll die Kinderfüße. Ich hab voll die Kinderfüße. Also meine Füße sehen wirklich aus wie von einem Kind irgendwie. Boah, das ist ja noch ekliger. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich hab halt nicht auf die Bewertung geachtet. Mann, jetzt ärgere ich mich, dass ich's gelöscht hab. Ich würd gern wissen, was für eine Bewertung ich hatte. Siehste mal. Oh, und ich würde mich auch nochmal gern dafür interessieren, ob's noch mehr solche Dinge gibt. Vielleicht gibt's ja auch so Seiten, wo alle meinen Arsch gescreenshottet haben. Wie der in bestimmten Positionen aussieht oder so. Aber ist nicht so ein Ding, ne? Ja, guck doch einfach auf Reddit. Schon alleine auf Reddit gibt's so viele schlimme Sachen. Es gibt so viele Screenshots von meinem Arsch auf Reddit. Echt jetzt? Ja. Aber auch aus den diversesten und sinnfreisten Situationen, wo der nicht mal geil aussieht, also in irgendeiner Form, sondern wo ich einfach so stehe. Und wo nix... Wir animieren gerade die Leute regelrecht dazu, dass sie sich von uns Körperteile anschauen, ne? Also Leute, geht am besten mal nicht auf Reddit. Lasst es lieber. Ist gar nicht so wichtig. Ja, lasst es einfach. Ja, ich war sowieso seit... Ich glaub, ich war seit Jahren mittlerweile nicht mehr auf Reddit, weil ich das so verstörend finde. Also erstens, haten dich da alle tot. Du denkst danach, du bist der letzte Mensch und alle hassen dich. Und du denkst halt, alle gucken nur noch auf keine Ahnung was. Also, geh einfach nicht auf Reddit. Verrückt, ey. Mach das einfach nicht. Ja, es ist wirklich verrückt. Aber, nun ja. Hören wir auf mit den negativen Pornothemen. Ich würde sagen, zum Abschluss, Spiel war doch ein kleines Spiel. Aber was denn für ein Spiel? Was hast du immer für komische Spiele dabei? Es ist so ein Trend aktuell auf TikTok. Ich glaub, der Trend ist auch schon wieder vorbei. Aber ist immer noch cool. Okay. Glaube ich. Kann man cool machen. Kennst du dieses, er ist eine aber. Also, er ist eine 10 von 10 aber oder er ist eine 5 von 10 aber. Kennst du das? Ne. Ich bin nicht ich gucke da nix. Boah, das ist krass. Okay, das ist krass. Okay, dann erklär ich's dir einmal. Ich sag jetzt irgendeinen Satz quasi, so von wegen, er ist eine 10 von 10 aber er popelt. Ja. Und dann musst du mir sagen, was dann seine Bewertung ist. Weißt du? Nein, verstehe ich gar nicht. Verstehst du's nicht? Nein, wie, was dann seine Bewertung ist. Naja, wenn du, wenn für dich Popeln egal ist, dann ist er für dich trotzdem noch eine 10 von 10. Wenn du Popeln aber richtig schlimm findest, dann sagst du, oh ne, 2 von 10. Also er ist eine 10 von 10, aber er popelt und dadurch wird die Bewertung schlechter von 10. Ja, oder eben besser vielleicht sogar. Wenn du Popeln geil findest, sagst du, ja, ne, 12 von 10, mega. Okay. Okay, ja, jetzt verstehe ich's, jetzt verstehe ich's, ja. Okay, ich mach einfach mal, ja? Also das heißt, du möchtest jetzt einfach herausfinden, was ich so für Vorlieben habe oder was? Naja, eigentlich sind's, ja, es ist halt, ich find den Trend übel witzig und ich guck mir das voll gerne an und deswegen dachte ich, wir können das voll gut machen. Okay. Ich glaub, das ist cool. Okay. Okay, also. Let's go. Er ist eine 9 von 10, aber lässt immer die Kackstreifen im Klo. Boah, voll schwierig. Warte, okay, lass mich kurz überlegen. Das ist halt schon widerlich, ne? Also Kackstreifen im Klo ist jetzt nicht so ansehnlich. Also er drückt ab, aber er, er macht halt nicht sauber. Ja, ja, okay, dann ist er, warte mal, geht es um einen potenziellen Menschen, mit dem ich zusammenkommen wollen würde? Ja, stell dir vor, Wolfgang ist für dich eine 9 von 10. Ja. Aber er lässt halt die Kackstreifen im Klo. Ist er dann immer noch eine 9 von 10? Ich glaube, er ist dann, also immer. Ja, er weiß nicht, dass eine Kloböste existiert. Es juckt ihn nicht. Das ist schon krass, ne? Also das, dann ist er, glaube ich, nur noch eine, 3 oder 4. Ich sag 4. So krass! Ja, ist schon ekelhaft, oder? Wenn jemand gar nicht auf die Hygiene im Klo achtet, also am Ende, also guck mal, wenn er die, wenn er die Streifen schon drin lässt, dann, bei, in 5 von 10 Fällen vergisst er dann auch generell abzuspülen. Und wenn es dann einmal anfängt zu stinken, nach einem halben Tag, nee, Alter, gar keinen Bock auf so Dixie Experience. Ja, hast recht, okay. Gut, geh ich mit. Okay, next one. Er ist eine 5 von 10, bringt er aber jeden Morgen Frühstück ins Bett. Ja, aber 5 von 10 auf was bezogen? Aussehen, Charakter? Ja, alles. Einfach für dich ist er, ach man, das ist ein voll oberflächlicher TikTok-Trend, okay? Das ist richtig kacke. Das ist doch jetzt nicht so. Er ist eine 5 von 10, aber. Für dich ist er halt eine 5 von 10. Also er sieht jetzt, er sieht okay aus, er ist nett, er ist jetzt nicht super lustig, er ist halt so, ja. Ja, er ist so der absolute Durchschnitt für mich, was meine Bewertung. Ja, genau. Er ist halt eine 5 von 10. Ja, er ist immer noch eine 5 von 10 für mich, weil ich finde Frühstück am Bett mega kacke. Und ich finde auch, wenn ein Mensch nur alles quasi vorbereitet fürs Frühstück, finde ich voll doof, dann fühle ich mich auch schlecht, weil ich möchte auch was zum Frühstück beitragen, weißt du? So. Das ist aber selbstlos von dir. Zum Beispiel, Wolfgang geht am Wochenende immer Brötchen kaufen, aber dafür bereite ich das Rührei vor. Ja, okay. Ja. Aber im Bett, im Bett. Wie zu doller Gerechtigkeitssinn hier. Ja, aber im Bett Frühstücken ist super kacke, alles ist voller Krümel, dann kannst du nicht ordentlich dich hinsetzen, du hast keinen ordentlichen Tisch, das ist doch scheiße. Ja, ich finde es auch scheiße. Vor allen Dingen, ich frühstücke super selten. Das heißt, wenn mir jeden Morgen, vor allen Dingen direkt nach dem Aufstehen, dann wenn ich noch im Bett bin, jemand Frühstück dahin bringen würde, ich würde kotzen, glaube ich. Ich kann ja nicht so früh was essen. Also ich fände es sogar, glaube ich, voll schlimm. Also ich bin genau das Gegenteil, weil es das Erste, was ich mache, nachdem ich aufstehe, ist wirklich Essen. Aber ich glaube, das ist auch einfach nur Gewöhnungssache. Ich merke aber auch manchmal, wenn ich nicht direkt gegessen habe und danach erst so zwei Stunden später als Erste esse, habe ich viel mehr Hunger und dann schmeckt es viel besser, als wenn ich direkt nach dem Frühstücken, nach dem Aufstehen esse. Aber irgendwie mache ich es trotzdem immer. Ja. Ja, das ist vielleicht einfach gewohnt. Wann isst du das letzte Mal am Abend? Boah, voll spät, manchmal 23 Uhr. Ich weiß, es ist nicht gut. Okay, dann macht meine Theorie keinen Sinn. Ich dachte nämlich irgendwie, dass es so ist, wenn man spät am Abend was isst, dann hat man halt morgens keinen Hunger. Aber wenn du irgendwie das letzte Mal um 18 Uhr isst, dann hast du halt morgens schon Frühhunger. Ich habe irgendwie immer morgens Hunger. Du hast einfach immer Hunger? Ja. Außer, wenn ich so um 6 Uhr morgens aufstehe, dann habe ich gar keinen Hunger. Dann finde ich es auch richtig eklig, was zu essen. Oder kennst du das, wenn du manchmal so, wenn du einen sehr frühen Flug irgendwie erwischen musst und du musst so um 3 Uhr nachts aufstehen und manche ziehen sich da direkt so einen Kaffee rein. Das finde ich richtig ekelhaft. Ich finde alles eklig. Es ist jetzt 12 Uhr auf den Punkt genau und ich habe noch nichts gegessen heute. Und es ist voll okay für mich. Crazy. Nee, ich habe schon mein Brötchen weg. Und auch schon meine zwei Kaffee. Nee, ich habe noch gar nichts weg. Ich habe ein Wässerchen weg. Das war's. Da würde ich übelst so Bauch, wie so ein Loch im Bauch haben. Das würde so voll unangenehm sein für mich. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ich weiß nicht, nennt man das dann sadomatisch? Sadomasisch? Du meinst jetzt irgendwie so? Manchmal finde ich dieses, manchmal finde ich das, oder nee, sadistisch? Keine Ahnung, mir fällt das Wort gerade nicht ein. Nein, sadistisch ist glaube ich, wenn du es geil findest, anderen Schmerzen zuzuführen. Aber wenn du selbst deinen eigenen Schmerz geil findest, dann sadomasisch? Ich weiß es nicht. Eins von beiden. Nein, auf jeden Fall. Sie hat dünnes Eis. Manchmal finde ich das geil, dieses Gefühl zu haben, also nicht geil, aber manchmal mag ich das, wenn der Magen so richtig leer ist und ich dann was esse. Dann ist das Essen noch so viel toller und es klingt ein bisschen, als hätte ich eine Essstörung. Ja, es klingt ein bisschen ungesund. Also Leute, versucht es nicht nachzumachen. Ja, macht es nicht nach. Es ist ganz schlimm. Aber ich kann auch, ich kann generell morgens nichts essen. Also es liegt nicht daran, dass ich irgendwie eine Essstörung habe. eine komische Störung habe. Ja, ja. Egal. Next one. Also, aber I feel you, weil ich hatte tatsächlich eine Essstörung. Also ich bin mit 16 Jahren in Therapie gegangen wegen einer Essstörung und können wir mal in einer anderen Folge. Das wusste ich gar nicht. Ja, ne? Das sind nicht viele. Erzähle ich auch nicht so oft. Aber so teilweise. Jetzt hast du es vielen Leuten erzählt. Teilweise habe ich das aber manchmal immer noch. Also man sieht mir ja an, dass ich jetzt nicht. Ja, ich glaube sowas geht nie komplett weg. Aber trotzdem, Leute, es ist richtig uncool. Also nehmt euch daran absolut gar kein Beispiel. Next one. Er ist eine 9 von 10, aber er isst Nutella ohne Butter. Schwierig. Er ist eine 9 von 10, aber Nutella ohne Butter geht halt gar nicht. Das ist so eklig trocken und es klebt dann überall im Mund fest und so richtig eklig. Ich finde, die Butter muss sein, damit es noch so ein bisschen saftig ist irgendwie. Auch wenn saftig gerade irgendwie voll eklig klingt. Aber ich finde, es muss sein. er isst dann eine 6 von 10 nur noch. Okay. Sehe ich auch so. Also ich esse auch Nutella mit Butter, aber wie ich überhaupt auf dieses Ding gekommen bin, ich muss mich kurz ein bisschen aufregen. Mich nervt das so sehr, wenn Leute, ich weiß, vielleicht hast du es auch mal gemacht, keine Ahnung, aber wenn Leute ihre Persönlichkeit davon abhängig machen, wie sie bestimmte Sachen essen. Weißt du, wenn sie so Also wenn sie sich dadurch definieren? Ja, ich finde das so schlimm. Ich sehe das so oft bei, auch vor allen Dingen bei Influencern, dass die irgendwie sagen, ja, also ich esse ja meine Nutella auf jeden Fall mit Butter und jeder andere ist für mich totaler Abschaum. Oder, was noch schlimmer ist, sind die Leute, die sich darüber definieren, ob sie zuerst die Cornflakes oder zuerst die Milch in die Schüssel machen und darüber dann so Streits anfangen und dann so ihre Persönlichkeit davon abhängig machen. Das nervt mich so. Jedes Mal, wenn ich das sehe, kriege ich einfach solche Aggressionen. Das ist richtig schlimm. Wo ich dann immer denke, ja, wow, du bist total besonders, weil du zuerst die Milch reinmachst und das ist wahrscheinlich meistens auch noch gelogen, nur damit sie noch besonderer aussehen. Es ist so schrecklich. Vor allem, weil Leute sich ja dann darauf einbilden, dass sie irgendwie mit der anderen Hälfte der Menschheit, die es andersrum machen, absolut unkompatibel sind. Also mit denen könnte ich überhaupt nicht reden, wir sind überhaupt nicht seelenverwandt. Nur wegen der Cornflakes. Ja, und auch irgendwie, dass die dann irgendwie denken, sie sind was Besonderes, nur weil sie zuerst die Milch reinmachen und alle anderen das ja total absurd finden und dann sind sie so special und habe ich letztens wieder gesehen und dachte mir wirklich die ganze Zeit so, was gucke ich mir da gerade an. Aber haben wir das nicht gerade mega bedient, indem wir gesagt haben, er ist nur noch eine 6 von 9, nur wegen der Butter? Ja, ja, haben wir. Ja, okay, wenn ich es jetzt tatsächlich so rational betrachtet nochmal bewerten müsste, dann würde sich an sich nichts ändern. Ja, natürlich nicht. Aber das erste Mal würde ein Streitgespräch entstehen, weil ich mich, also ich finde es schon wirklich, ich finde es unverständlich, wie man da keine Butter drunter machen kann. Ja, nee, ich auch. Also ich kann auch verstehen, ich sehe den Punkt, warum das so ein Thema ist, solche Sachen. Ja. Aber ich finde es schrecklich, wenn Menschen dann irgendwie anfangen so, wenn sie es zu ernst nehmen einfach. So das als ihre Persönlichkeit zu benutzen. Und ich mir denke, hast du nichts anderes als deine Milch vor den Cornflakes? Ja. Aber, aber kurz zum Thema, wie machst du es? Zuerst Cornflakes und dann Milch? Soll ich das jetzt wirklich sagen? Ja. Ja, immer erst Cornflakes und dann die Milch, sonst ist ja mega unsatisfying, wenn du erst die Milch und dann schlabbern da so die Cornflakes drauf. Die schwimmen dann auch so da drauf und dann ist es direkt so viel zu ver... Ja, verstehe ich nicht. Ja, und dann sind die ja gar nicht getränkt in der Milch, was man ja will. Außer man will es nicht. Dann macht es andersrum total Sinn. Wenn man will, dass die crunchy bleiben. Scheiße. Ja, aber dann liegen die doch so da drauf oder ich weiß nicht. Macht es so einen Unterschied? Ich glaube, im Endeffekt macht es keinen Unterschied. Die schwimmen ja so oder so. Ey, aber ich bin richtig King of ganz viel aufs Brot, so ganz viele Lagen drauf machen. Für mich ist dieses Brötchen so richtig viel, so vom Gefühl her richtig viel. Und manche legen ja dann nur eine Scheibe Käse drauf auf dieses riesige Stück Brötchen, auf diese Hälfte, wo ich mir denke, Alter, ich fress doch nicht so viel trockenen Scheiß für eine Scheibe Käse. Ich mache, also ich mache das wirklich so. Echt? Ich mache Butter drauf, dann mache ich meistens vegane Leberwurst drauf, die mache ich überall drauf, außer ich esse so Nutella oder so, dann nicht. Dann mache ich... Dann mache ich eine Scheibe Käse drauf, manchmal sogar noch eine zweite. Dann mache ich manchmal noch so vegetarische Wurst drauf und dann kommt obendrauf noch mein Rührei. Also ich mache richtig die Schichten. Stimmt. Letztens als wir auf dem Festival waren, habe ich das auch gesehen. Da hast du tausend Sachen auf dein Brötchen gemacht. Ja. Ich liebe das. Krass. Das ist total bekloppt. Ich finde dieses Brötchen einfach viel zu trocken, wenn ich da nur mit einer Lage irgendwas esse. Okay. Bei mir ist es genau andersrum. Ich packe immer möglichst wenig drauf. Also nicht, weil es mir... Also weil... Nee, ich packe nicht möglichst wenig drauf, sondern ich packe immer wenig drauf und dann denke ich, dann kann ich mehr Brötchen essen. und dann habe ich mehr Aufschnitt für mehr Brötchen. Ja, okay. Ja, ich versuche immer so wenig wie möglich Brötchen zu essen, weil unnötige Kohlenhydrate... Da kommt wieder die Essstörung raus. Ist mir doch scheißegal. Ja. Ich dachte auch gerade so ein bisschen Essstörungsmäßig von mir so wenig wie möglich Aufschnitt drauf zu machen. Ja, Leute. Keine Ahnung. Nobody is perfect. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Ey, ich glaube, tief in uns drin haben wir alle irgendwie so eine kleine Essstörung. Ja, klar. Ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen eine. Das ist jetzt ein zu großes Thema, um das jetzt aufzumachen. Ja, wir können gerne mal die Essstörungsfolge machen. Ich rede gerne über meine Vergangenheit darüber, um anderen Menschen zu helfen, aber ich möchte auf keinen Fall jemanden animieren, das Gleiche zu tun. Nee, das auf gar keinen Fall. Ja. okay, next one. Are you ready? Ich bin ready. Er ist eine 8 von 10, aber er postet jeden Tag eine deep Quote in seine WhatsApp-Story. Oh Gott, generell in seine WhatsApp-Story etwas zu posten ist sowas von 40 plus, ne? Ja, vielleicht hast du dich ja in den Älteren verliebt. Kann ja auch passieren. Hast du, ähm, hast du Freunde von dir? Also nicht jetzt so, keine Ahnung, so deine Eltern oder so, die in Kontakten natürlich bei dir sind, aber hast du Freunde, die etwas in deine WhatsApp-Story posten, die ungefähr dein Alter sind? Freunde nicht, aber ich kenne Menschen in meinem Alter aus meiner alten Stufe oder so, deren Nummer. Ich habe die manchmal Sachen in ihrer WhatsApp-Story posten, ja. Und ich kenne auch Leute, die deep Quote in ihrer WhatsApp-Story posten. Echt? Boah, krass. Also das ist ja so, also ich habe wirklich die Theorie, je älter du wirst, je krasser nutzt du dieses Feature, weil meine Oma ist 78 Jahre alt und die ist Queen of WhatsApp-Status. Ja, aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die halt kein Instagram haben. Wir machen ja eigentlich genau das Gleiche, nur halt auf einer anderen Plattform. Ich denke auch, das ist einfach so dieser Ersatz, den die dann haben, ne? Ja. Wollen halt auch irgendwie mal Aufmerksamkeit bekommen. Obwohl meine Oma hat Instagram. Also einfach, um meine Posts zu sehen. Aber posten sie da auch was in ihrer Insta-Story? Nee, weil ich glaube, da hat sie halt keine Kontakte, weil ihre ganzen Freundinnen sind natürlich auch eher auf WhatsApp als auf Instagram. Ja, siehste? Dann ist es halt einfach deren Plattform. Ja, aber wenn das jetzt ein... Aber was sind denn die... Wie gesagt... Was sind die die Quotes für dich? Ja, so Schrott. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Limonade draus. Sowas. Ja, aber eher so... Also woran ich jetzt gedacht hätte, war sowas halt auf Englisch irgendwie. Ja, also dass es noch ein bisschen mehr cringy ist. Oder auch so... It's a perfect day to have a perfect day. Irgendwie sowas. Ja, okay. Richtig unnötige Kack-Quotes. Auch dieses typische, was Influencer in ihrer Story als erstes morgens posten. Ja, genau. Ist schon unangenehm, weil ich weiß nicht, es drückt für mich so einen sehr starken Aufmerksamkeitsdrang aus, wenn jemand solche Quotes irgendwie postet. Deswegen... Was ist ja eigentlich? Eine 8 von 10, sagtest du, ne? Ja. Sag ich jetzt mal ganz oberflächlich, da ist nur noch eine 6 von 10. Hätte ich auch gesagt. Ja, ne? Ich hätte auch auf 6 gegangen, weil eigentlich... Na, obwohl, wenn jemand sowas postet, dann hat der auch irgendwie... Das ist voll asozial, das jetzt alles über einen Kram zu sharen. Es gibt bestimmt auch ganz nette, normale Leute, die aber einfach gerne Quotes irgendwie in ihre Storys posten. Dieses ganze Spiel ist super oberflächlich, Julia. Ja, ich weiß. Ist doch egal. Es ist ein TikTok-Trend, okay? Ja. Aber die meisten, die sind dann auch so ein bisschen crazy manchmal einfach, ne? Und dann generell, die, die sich so Quotes und sowas so als Vorbild nehmen, finde ich auch irgendwie seltsam. Kann ich auch irgendwie nicht relaten. Ich kann das nicht. Aber ich lese viel so Bücher, die damit zu tun haben, wie man sich weiterentwickeln kann, so körperlich, innerliches Wachstum und so weiter. Und ich habe mir auch schon ein paar Mal aus diesen Büchern so Quotes rausgeschrieben, weil ich die inspirierend fand. Vielleicht liegt es auch einfach an mir. Ich entwickle mich einfach nicht weiter. Aber ich würde die halt niemals posten. Nicht das Problem. Ich würde die halt, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht so diesen Drang irgendwie, Menschen zu belehren, wie sie ihr Leben besser führen sollten. Finde ich halt voll unnötig so. Ich finde, es muss dir da selber so ein bisschen. Helfen manche Quotes, die du so postest, schon? Also ich sehe oft so bei manchen Influencerinnen so Girls-Support-Girls-mäßige Quotes und sowas. Ich glaube, das finden schon viele toll. Ja. Ich skipp die einfach immer. Tut dir ja auch nicht weh, die zu lesen. Nee, ist mir ja auch total scheißegal. Sollen die alle machen. Ist ja auch irgendwie süß. Vor allem, wenn die dann so süß gedesignt sind. Aber so eine Privatperson, die jeden Morgen in ihre WhatsApp-Story eine neue Quote, die sinnfrei ist, reinpostet. Ich würde jetzt nicht ausschließen, mit dieser Person eventuell irgendwann näher zu kommen. Aber vielleicht geht es ja erstmal vorher zum Psychologen für ein Ja. Oh mein Gott. Okay, das ist einfach ein schreckliches Spiel und ein schrecklicher Treff. Es tut mir leid, was wir gerade alles gesagt haben, Leute. Bitte hasst uns nicht, nehmt es nicht zu ernst. Wir haben euch trotzdem alle lieb, auch wenn ihr deep Quotes oder weniger deep Quotes in eure WhatsApp-Story postet, wenn ihr Nutella ohne Butter esst oder eure Kackstreifen im Klo. Ja, das ist schon schwierig. hört auf mit Kackstreifen im Klo, ganz ehrlich. Kackstreifen nicht im Klo lassen. Aber warte mal, war es das jetzt? Haben wir nicht noch mehr davon? Das hat voll Spaß gemacht. Ne, das war es. Das war eine kleine Runde. Ey, wollen wir das Spiel so zum Ende? Wollen wir das Spiel etablieren? So einfach, dass wir in jeder Folge so drei, vier von diesen Fragen haben? Fände ich richtig cool. Aber dann sind wir jedes Mal extrem oberflächlich und schrecklich. Wir können es nächste Folge nochmal machen. Hättest du Bock, dir nächste Folge sowas zu überlegen und mir die Sachen zu stellen? Ja, mache ich. Dann machen wir es nächste Woche nochmal. Ja, mache ich. Ich meine, im Endeffekt geht es ja nur darum, ob was für uns No-Go ist oder nicht. Wir müssen es ja nicht so krass oberflächlich auslegen. Geht schon. Ja, schon. Okay. Gut, dann machen wir das nächste Woche auf jeden Fall nochmal. Ich würde sagen, wir können eigentlich die Folge auch jetzt beenden, weil wir haben übel lang gelabert, oder? Ja, aber ich habe es gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit verging. Wie krass ist das denn? Ich habe es auch nicht gemerkt, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon über eine Stunde. Ich weiß nicht. naja, wir haben eine Stunde zehn ungefähr. Oh. Ja, Leute, war doch mal wieder fix hier. Schreibt uns mal, wie ihr unsere neue Rubrik fandet, die Julia sich da von TikTok geklaut hat. Ja, ich wollte gerade sagen, ausgedacht. Ja. Aber es war mir mal wieder eine große Freude. Es macht so Spaß. Ich bin so glücklich, dass wir das machen, Julia. Und ich bin so glücklich, dass so viele Leute auch Bock drauf haben und ich lese immer wieder Kommentare und die Leute schreiben jetzt schon irgendwie, dass es schon so richtig zur Routine dazugehört und dass wir denen so richtig viel helfen können damit und keine Ahnung, dass sie es beim Kochen und beim Sport hören und so weiter und dass alles dann viel mehr Spaß macht. Aber es ist so cool, das zu hören. Also vielen Dank an dieser Stelle. ich finde das auch so schön, vor allen Dingen, weil ich genau, ich habe ja auch meine eigenen Podcasts, die bei mir genau dieses Gefühl auslösen und ich finde das so cool, dass wir das jetzt bei anderen auch auslösen können. Das ist so cool. Voll geil. Voll schön. So, und weißt du, was ich mir jetzt vorgenommen habe? Ich sage nicht mehr, halt die Fresse, wenn ich mit jemandem rede, sondern ich sage, halt den Schnabel. Und wir halten jetzt unseren Schnabel. Ja. Okay. Du hältst den Schnabel und ich halte die Fresse. Okay. Tschüssi. Tschüss. Ich will eigentlich noch gar nicht aufhören zu reden. Ich auch nicht. Wir reden gleich privat weiter. Aber es reicht. Es reicht jetzt hier für heute. Es reicht. Die Leute sind noch irgendwann. Es reicht. Okay, wir halten jetzt den Schnabel. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.